Monets unbekanntes Meisterwerk heißt Hunde beim Kartenspiel Wo ist dieser Drecksack? Wo steckt er im Augenblick? Ja, bitte, abgeklatscht Ist schon okay? Wir sehen uns schon Es ist ein schwarz-weißer Ball Oh, tatsächlich? Ich war sowieso nicht eingeladen Sie haben sich ziemlich stark exponiert Sie sind ja richtig begeistert Wie viele Leute können ein Monet fälschen? Fünf? Vielleicht sechs? Kommen Sie, wegen eines Scherzes kann man mich nicht verhaften Ach, dieser war ein bisschen heftig Sie glauben, Sie stehen kurz davor Jawohl, ich stehe kurz davor Aber ich werde nicht die Bautkrumme aufpicken, die Sie ausstreuen Ich kann selber Blut riechen Seien Sie nicht zu überheblich Ich werde nicht die Bautkrumme aufpassen, die Sie ausstreuen Musik Möchten Sie tanzen? Oder lieber was anderes? Musik Möchten Sie tanzen? Oder lieber was anderes? Musik Möchten Sie tanzen? Musik Möchten Sie tanzen? Musik